hallo ihr lieben lang lang ist sehr ich möchte mal wieder ein webinar geben und seid gespannt was da auf euch zukommt ich werde euch gerade mal ganz kurz vorstellen was euch erwartet und zwar geht es um die neue promotion fast track promotion die ist gestartet am 15 september heute morgen war sie dann verfügbar in unserem backoffice und die läuft bis zum 31 märz 2022 ich habe viel erlebt bei der firma live farm viele gute promotions zum produkt und das hier top alles und ich kann euch wirklich nur wärmstens empfehlen schaut rein das ganze läuft unter dem motto keep it short und simple also wirklich halte das so einfach wie möglich und erreicht damit das maximale und genau darum geht es was wird dich erwarten oder was wirst du erfahren am freitag in diesem call unter anderem wie du zehn prozent code bonus bekommst mit nur drei partnern anstatt mit zehn partnern wie du mit nur zwei partnern komplett auf alle zwölf ebenen in der matrix bezahlt werden kannst und das wird für einige sehr sehr interessant sein denn die werden vielleicht im moment nur auf fünf sechs sieben ebenen bezahlt und unterstehen aber viele viele punkte die euch nicht verprovisioniert werden also sehr sehr spannend und wie du mit nur zwei partnern den silber direktor erreichen kannst und wie das ganze sich auf den einkommen auswirken kann wenn nur ein einer dieser punkte für dich interessant klingt ja dann sei am freitag dabei lade alle deine aktiven inaktiven partner alle die du mal angesprochen hast auf live fahren an ein und zwar für freitag den 24 neunten um 20 uhr 30 in dem superraum nummer steht dabei wird aber unter dem video hier noch mal verlinkt beziehungsweise in den diversen gruppen ob zum whatsapp ist oder telegram oder auf facebook ich freue mich dass du dabei sein wir es und es wird spannend bis dann ciao